Ich muss ja auch eigentlich noch, ne, Anfang des Streams, ich muss noch meine Bedingungen erfüllen. Du musst ja, wenn du Ubisoft Partner bist, noch so ein paar Bedingungen erfüllen. Eins davon ist, am Anfang des Streams ungefähr, und das ist jetzt, ich würde sagen, wir sind seit zwölf Minuten da, ist noch Anfang des Streams, muss ich sagen, danke an Ubisoft für diese Möglichkeit. Habe ich das jetzt gesagt oder muss ich das jetzt nochmal einzeln sagen? Danke an Ubisoft für diese Möglichkeit. Er hat's gesagt. Ich hab's gefühlt. Ja, hallo, jemand, der keine Beine und Arme hat, wenn wir auf... Warte. Ja, jetzt kommt's. Deckung, Motor fest. Schick. Not actual gameplay footage. Da kommt die Supra. Alle wollten sie. Oh, ich freu mich so auf dieses Spiel. Classic Cars. Das wäre so ein ungleiches Rennen, diese zwei Autos. Rally. Es gibt Quads in dem Spiel. Das wird so fett, Leute. Wir werden so viel Spaß in diesem Spiel haben. Ich sag's euch. Oh, Lotus. Da kommen die Alphas. Pitstops. Habt ihr's gesehen? Pitstops. Ja, Boxengasse. Hab ich Trabi. Oh, das wird so geil. So, bin ich gespannt, was sie sagen. Ich hab sie nicht durchgespielt, Trabi. Ich hab sie nicht durchgesucht. Ich hab sie nicht durchgesucht. Tatsächlich. Danke. Hey! Heute, am Ende, ist es mein Glück, den Zukunft der Krupp. Motorfest. Release, release, release. Wir nehmen den Gendera-Action-Driving-Action, eine Freizeit für die Fahrrader für die Fahrrader, um die Fahrrader-Kultur-Fantasy auf der schönsten Welt der Ouao, in Hawaii. No matter how you enjoy cars and driving on your own. Zieht euch die Autos im Hintergrund rein. Motorfest has something for everyone. Motorfest, your portal to medley of i-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest-Playlists Oh, die Playlists sind zu sehen. Playlists are truly at the heart. Nice, wir zeigen's. Wanna immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. yeah. Dive into a legacy of the world's most influential automakers. Lamborghini Playlist. New Japaner. Light up the night street racing scene. Japanese style. Elektroautos. Schwieriges Thema. Da wird man noch viel drüber diskutieren müssen. Auch wenn ich glaube, da gibt's eigentlich nur eine ernst zu nehmende Meinung. der Rest ist Bullshit-Gelaber, was Elektroautos angeht. For the first time ever, we'll leave the US Mainland behind. Our festival has landed in one of the most refreshing and vibrant places Leitungen durchs Spiel sind quasi so vorgegebende Sachen, wodurch du Rennen freischaltest. Boah, da sah die Grafik grad aber echt nicht krass aus. So was in der Richtung, ja. Ich darf nur nicht allzu viel sagen, auch wenn ich schon weiß. Ja, ich konnte nur mit dem Begriff Playlist mehr ganz. Ja, klar. Das Problem ist, ich weiß nicht genau wie viel davon ich jetzt sagen dürfte und wie viel halt nur wissen, was der Beta ist. Ich hab's gefunden was. Goals for profusion of vehicles. Choose and control. Und customize your ride. With one of the most diverse lineups ever. Okay, ne. From past, present, and future. Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah. I know. You are as thrilled as I am. To get behind the wheel. Aber legend, dass die Supra kommt. So geil. Hey, some of you. I spend a lot of energy building the perfect vehicle collection. Ah, sie sagen's. Geil. Okay, man darf sagen. Collection Import. You will be able to import your vehicle collection into the Crew Motorfest. Also. Nochmal für alle. Wir können unsere Fahrzeugsammlungen von the Crew 2 in the Crew Motorfest importieren. Das heißt, alle Autos, die ihr schon habt, könnt ihr mitnehmen. Ja, warte Trabi. Können wir nachher drüber reden. Since the beginning of the year. Thousands of players have tested the game. And giving us priceless feedback. Richtig quasi. Ihr könnt die Sachen mitnehmen. Ihr müsst es aber nicht. Register now for Close Beta. And share with the world your experience in July. Warte, was? Motorfest Closed Beta, 21. Juli? Noch ne Beta? From the entire team at Ubisoft Ivory Tower. Mahalo. Thank you. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride. Wir können nachher über alles reden, Leute. Ganz entspannt. Oh, ist das geil. Nein, sind sie nicht Heli. Ich schätze mal das dann eher so wie, guck mal, das habe ich schon in der Garage stehen, das wir nicht gerne nutzen. Ja, so nehme ich das. Die Rallye Sachen werden echt übel. Das wird gar nicht so einfach, Leute. Wirklich nicht. Da sind nochmal die Classic Cars. Aber nimmt das eigentlich viel Content aus dem Stil und den Fahrzeugen? Jein. Ja und nein. Was ist denn aufhalten? Taika? Drift. Haben wir jetzt diese Randbams, die roten? Die weißen immer wieder zeigen die ganz kurz dieses Auto. Könnt ihr das jetzt bitte einmal richtig zeigen? Den Boliden, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich zeige es jetzt nicht nochmal extra nachher. Ihr könnt ja mal hier den Teil nochmal durchklicken irgendwie. Da haben wir jetzt bestimmt drei, viermal dieses Auto zu sehen. Okay, und jetzt kommt wahrscheinlich der letzte Part. Okay, also willy. Das war's. WDR medi AIR